Entspannungsübung Okay, kommen wir jetzt zur Entspannungsübung. Dazu legen wir uns auf den Rücken und wir ziehen mit der linken Hand die Knie zur rechten Seite. Versuchen die Schultern auf der Matte zu lassen und wieder zurück und wieder wechseln. Wir versuchen mit dem Kopf in die entgegengesetzte Richtung der Beine zu schauen, der Knie. Und auch hier die Atmung nicht vergessen. Ausatmen, gehen von hier in den Twist und ein Atmen wieder zurück. Und ein letztes Mal. Okay, zum Abschluss atmen wir jetzt nochmal tief ein, nehmen die Arme zur Decke dabei und ausatmen und nochmal ein und aus und nochmal durch die Nase ein letztes Mal und aus durch den Mund und wir schauen nach rechts so weit wie es geht und zur anderen Seite und zurück zur Mitte Kinn zur Decke strecken und ausatmen und ausatmen und runter schauen die Schultern entspannen und gerade ausschauen und dann sind wir fertig. und beispielakin Kinn zur Decke und untert equals durch den Mund und ausatmen in der Decke 를 zahe und in der dem Mund und in dermale das dann und heilt ausatmen die dann und wenn die